Willkommen in dem Programm Magic Score Mastro 8. Heute werden wir Ihnen zeigen, wie man ein neues Dokument anlegt und dessen Parameter angibt. Zunächst drücken wir an diese Schallfläche oder im Menü den Punkt Neu wählen. Im Feld Titel geben wir den Titel der Komposition ein. Im Feld Komponist geben wir den Namen und Vornamen des Komponisten ein. Falls wir es wollen, können wir die Titelleiste auf die folgende Weise anlegen. Jetzt brauchen wir sie nicht. Die Namen der Instrumente lassen wir aber bleiben. Gehen wir jetzt zum nächsten Kartenreiter, um mit der Wahl der Instrumente anzufangen. Wir werden eine Flöte brauchen. Ein Instrument kann man mit einem Doppelklick hinzufügen. Ein Cembalo. Dafür brauchen wir die Schallfläche hinzufügen. Streichinstrumente. Die Liste der Tasteninstrumente schließen wir, indem wir auf Minus drücken und die Liste der Streichinstrumente öffnen wir mit einem Doppelklick. Violine 1, Violine 2, Altgeige. Cello, Kontrabass. Jetzt wollen wir das Cembalo ins untere der Partitur verlegen. Das machen wir im nächsten Kartenreiter. Zunächst stellen wir das Tempo ein, zum Beispiel 100. Stellen wir das Zeitmaß von 2 Viertel. Dazu brauchen wir den Auftakt. Hier ein Viertel. Gehen wir zu Molltonarten über und wählen H-Moll. Nun verlegen wir das Cembalo ins untere der Partitur. Dafür heben wir es mit der Maus hervor und drücken mehrere Male auf den Pfeil nach unten, die man unter der Instrumentenliste findet. Nun stellen wir die Akkuladen auf. Heben wir die Flöte hervor und drücken auf den kleinen Pfeil rechts vom Wort Akkulade. Jetzt können wir die Akkulade wählen. Dafür drücken wir auf Minus rechts von der Akkulade dreimal. Im Fenster rechts können wir sofort das Ergebnis unserer Manipulation sehen. Fügen wir eine Akkulade für die Altgeige hinzu. Und auch die Akkulade für Cello. Gruppieren wir das Cello mit dem Kontrabass, indem wir auf Plus drücken. Die Partitur ist fertig. Wir aber versuchen für zwei Systeme anstatt nur einer pro Seite Platz finden. Im Kartenreiter Layout ändern wir Rastrum von 7 zu 5. Die Partitur ist kleiner geworden, der Platz ist aber für zwei Systeme nicht genug. Versuchen wir nun den Maßstab genauer anzugeben, zum Beispiel 65%. Gelungen. Nun haben wir zwei Systeme auf jeder Seite der Partitur. Es bleibt nur noch die Größe der Seite im Kartenreiter Seite überprüfen. Seitengröße Letter. Die lassen wir unverändert. Indem wir auf OK drücken, schließen wir das Anlegen des neuen Dokuments ab. Die Partitur ist völlig fertig und nun kann man die Noten setzen. Im nächsten Video werden wir Noten mit der Hilfe von PC-Tastaturen im Programm Magic Score Maestro 8 setzen.